Herzlich Willkommen zurück zu Kamera Obscura... ...so, ich hätte mich das letzte Mal vielleicht ein bisschen sicherer stellen sollen... ...dem... ...Jump'n'Run mit Frustgarantie... nein, eigentlich nicht so... ...so... Ähm... Hihihi... Ähm... Cool, ich hab's geschafft... Ja, man muss nur kurz auf einen Kaffee trinken, dann funktioniert alles... Ähm... So... Wir müssen auch schon so machen... Dann funktioniert es auch mit den Nachbarn... Ja, geschafft! Ähm... Ja, wir sind zurück hier... Ähm... Ach du Schander... Kann er nicht stürzen? Ach doch... Okay... Keine Ahnung... Okay... Ist schon mal gut... Ach du Schander... Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert... Ah... 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 Ach... Das ist ja. Also ist ja das... Ah, blöde Ecke zum Springen. Es wäre jetzt was gewesen, wenn er jetzt nicht auf dem Knopf gelandet wäre. Okay, ganz schöner Zeitdruck jetzt in dem kleinen Minilevel hier. Da muss man aber auch erst mal drauf kommen. Was heißt Zeitdruck? Es geht. Oh, das ist... Sind jetzt wieder draußen? Öl. Ihhh. Okay. Sind nicht zu doof. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Na? Ach, Mist. Egal. Wie gesagt, es geht mir nicht um hundert Prozent. Ganz bestimmt interessant wäre. Okay. Ja, das ging doch. Okay. So, weiter. Nöt, nöt, nöt. 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 Ich könnte es... Nee, 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 nee. So geht doch nicht. Okay, das muss schon irgendwie ja gehen. So zum Beispiel. Oder auch nicht. Der Löwe, wow. Das geht irgendwie. Das ist mir bewusst. Okay. 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 Ich habe schon mal gesagt, dass ich super bin in Rätselspielen. Und sende mich auch... Professor Layton. Für Arme. Ha! Okay, jetzt müssen wir so machen. Das war fast gut, aber nur fast. Okay, weiter geht's. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Mhm. Oh no. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, weil wir kommen ja voran, aber immer stellen, wo wir haken. Aber ansonsten... ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. So, okay. Alter, es macht Spaß auf eine gewisse Art und Weise. Ah, cool. So, das ist echt... Okay, wir sollten versuchen... Wir müssen da irgendwie versuchen, raufzukommen. Keine Ahnung wie. Vielleicht so? Okay. We get this. Yeah. Not. So viel zu dem Thema. Ich hab ja schon gesagt, dass das Spiel total toll ist. Konzentriere dich bitte. So. Ha. Supi. So. So. Okay. Hm. Wir fehlen hier schon wieder an einer Stelle. So. Dann machen wir mal so. Dann verabschiede ich mich einfach schon mal an dieser Stelle. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ähm. Ähm. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr es auch schwierig findet. Und von der... einer Art. Und, ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh. Gut. Dann bis dann. Mal vielen Dank. Tschüssi.